Hi Leute, ich bin Melissa Kössler. Ich bin Maria Plattner. Und wir nehmen euch einfach mal die nächsten zwei Tage ein bisschen mit. Auf geht's! Hallo, hallo, wir sind's wieder. Die Kamera. Hallo, hallo. Was kommt ihr hier? Alle angezogen. Wolfsburg Bayern. Handfinale. So sieht's hier aus, bevor wir zum Training gehen. Hallo. Hallo, hallo. Aktivieren. Sehr gut. Hallo. Hier wird natürlich aufgefahren. Oh, es ist hell. Auf geht's. Ab zum Training. Oh, schon wieder kalt. Sind sie bereit? Born ready. Ah! Eins! Rechts, rechts! Oh! 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 Wir sind jetzt fertig mit dem Abschlusstraining und machen uns jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Genau. Auf geht's. Auf geht's. Immer gesund unterwegs. Blaubeeren ohne Ende. Und hier gibt's dasselbe. Überall Haferschleim. Verschleim. Verschleim. Endlich angekommen. Jetzt geht's ab nach Leverkusen. Viola? And I proudly present Viola. OLE! Ist das euer erstes Date oder das zweite? Awkward. Okay. Bis später. Tschüss. Tschüss. No. Scheitert. Yay! Wow, so sehen unsere Vorbereitungen aus. Ja, geht doch. Wir sind in Köln angekommen und machen uns jetzt auf Weg ins Hotel. Merle, hast du Lust auf Essen? Ja, ich habe Hunger. Ja, wie alle glauben. Eine cooler als die andere. Wow. Wow, wow, wow. Ja, wir sind lange gereist, man merkt. Wir sind jetzt hier gut im Hotel angekommen, jetzt geht es für uns erstmal zum Abendessen. Und dann werden wir noch einen Verdauungsspaziergang machen. Und dann nur noch entspannt auf den Zimmern den Abend ausklingen lassen. Schlafen. Erholen, schlafen. Schlafen. Und uns erholen, dass wir für morgen ready sind. Genau. Wie die Tiere rennen sie aus Essen. Aber nur Zeit. Oh, hey. Fertig, he? Ja, gut. Sehr gut. Wir sind gerade aufgestanden und heute ist Matchday. Let's go. Guten Morgen. Guten Morgen. Fischi hat heute Geburtstag. Fischi ganz gut. So fällt auch heute Geburtstag. Happy Birthday to you. 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 Wenn man denkt, alles ist normal, Leute lesen und dann gibt es diese Menschen. Einfach mal aufs Bett rausgeschoben. Nicht schlecht. Bist du ready? Herrliches Wetter. Ja, ich bin ready, volle Kamme. Sehr gut. Wir sind jetzt im Stadion angekommen, wie ihr gerade gesehen habt. Und jetzt heißt es nur noch volle Konzentration aufs Spiel und wir sehen uns danach. Tschau. Ein paar Sekunden später. Um für dich da zu sein, bin ich geboren. Du kannst das für dich da sein. Du kannst alles sehen, wie du kannst. Es ist wichtig, dass die Klaments sind. Jetzt haben wir den Einzug ins Finale geschafft und wir sind sehr glücklich und werden jetzt wahrscheinlich nur noch feiern und die Zeit genießen. Deswegen schön, dass ihr dabei seid und dabei wart und achtet und bis zum nächsten Mal. Finale! Oh! Fährst du dazu? Fast? Schmeckt nicht. Sehr gut. Dann Pause machen.